Ich muss dir was erzählen. Setz dich. Wann hast du das eingerichtet? Ich stelle hier die Fragen. Weißt du noch, was ich dir gestern gesagt habe? Jetzt hab ich den Beweis. Was sagst du dazu? Komm schon, das ergibt keinen Sinn. Du liegst falsch, so ist das nicht abgelaufen. Woher weißt du das? Warst du da? Steckst du mit drin? Nein, natürlich nicht, aber das ist unmöglich. Ich bin sicher, das ist nur ein Missverständnis. Alia und Cat Noir haben nichts gemeinsam. Sie kennen sich ja kaum. Alia ist nur ein Superhelden-Fan. Sie filmt Ladybug und Cat Noir, das ist alles. Die beiden kennen sich gut genug. Aber niemand kennt Ladybugs und Cat Noirs wahre Identität. Glaubst du, Alia verliebt sich in jemanden, den sie kaum kennt? Das Mädchen, das eine Reporterin sein will, das immer um jeden Preis die Wahrheit wissen will, das alles mit dem Jungen teilen will, den es liebt? Sie kennen sich tatsächlich viel besser, als du denkst. Das kannst du aus diesem Video nicht schließen. Pass auf. Es gibt etwas, das du nicht weißt. Ich rede nicht von dem Video. Ich rede von etwas, das ich dir nicht verraten dürfte. Ein Wahnsinnsgeheimnis. Alia ist eine Superheldin. Sie ist Rina Rouge. Was? Ich weiß, was du sagen willst. Das ist Unsinn. Und woher will Nino das überhaupt wissen? Ich weiß es, weil ich auch ein Superheld bin. Ich bin Carapace. Du bist... Carapace? Aber... ihr zwei wisst davon? Du meinst, ihr kennt eure Geheimidentitäten? Natürlich. Alia und ich haben uns nie etwas verheimlicht. Bis jetzt. Bis das mit Cat Noir passiert ist. Warte kurz, ich verstehe das nicht. Ich dachte, die Geheimidentitäten müssen um jeden Preis geschützt werden. Würde das stimmen, könntest du es mir nicht einfach so sagen. Ladybug wäre damit nie einverstanden. Ist das dein Ernst? Ladybug hat uns die Miraculous zur selben Zeit gegeben. Nein. Das ist unmöglich. Willst du damit sagen, dass ich lüge oder was? Nein, nein. Was ich meinte war... Okay. Du bist Carapace, sie ist Rina Rouge und Ladybug findet's okay. Aber trotzdem sind Alia und Cat Noir nicht. Du weißt schon. Du hast keine Ahnung, wie Cat Noir wirklich ist, aber ich schon. Ich bin Teil des Teams. Ich weiß, wie er sich verhält. Klar, sobald Ladybug auftaucht, schmeißt er sich ihr an den Hals mit Rosen und großen Liebeserklärungen. Aber er kriegt jedes Mal eine Abfuhr, weil Ladybug ihn widerlich findet. Und sie hat recht. Und wenn Rina Rouge erscheint, kommt er mit. Oh, hallo, schöne Frau. Du siehst toll aus und du riechst so gut. Oh ja. Bei der ersten Mission, die ich verpasst habe, ich meine die Carapace verpasst hat, hat er seine Masche abgezogen und bam. Genau so ist das passiert. Und jetzt bin ich allein. Ich habe die Liebe meines Lebens verloren. Wenn ich könnte, würde ich ihm seinen Mund mit seinen eigenen Schnurrhaaren zuschnüren. Ein zurückgewiesener Freund, der sich an seinem Rivalen rächen will. Das ist eine starke Emotion. Flieg los, mein kleiner Akuma, und hilf diesem jungen Mann dabei, seinen Feind zu vernichten. Meinen Feind! Es gibt sicher eine Erklärung, Nino. Wir finden es raus. Rocketeer, ich bin sch...